Ist Ronymon im Ring voller Mut und Glauben? Mit einer Kraft, die nicht zu brechen scheint, stürzt er sich ins Gefecht ohne je zu wein. Mit einem Black, der Feuer entfacht, schreitet er vor, wenn jede Herausforderung lacht. Seine Muskeln stratt, seine Augen weht, bereit sich jeden Gegner zu stellen und verurteilt. Ronymon, der Kämpfer der Nacht. Mit Leidenschaft in seiner Brust, keine Niederlage macht. Er erhebt sich überall, wo er steht, in den Hallen des Rings, wo das Publikum fleht. Von Stadt zu Stadt, von Ring zu Ring, schreibt er Geschichte, mit jedem Schlag, mit jedem Swing. Die Menge tobt, wenn er den Boden erschüttert, sein Name ein Echo, das durch die Aaren entflüstert. Kein Hindernis zu groß, keine Hürde zu hoch für Ronymon, den Helden, der niemals verlor. Noch, seine Träume fliegen hoch, wie ein Adler im Wind, sein Geist unbesiegbar, seine Seele ungebendig geschwind. Ronymon, der Kämpfer der Nacht, mit Leidenschaft in seiner Brust, keine Niederlage macht. Er erhebt sich überall, wo er steht, in den Hallen des Rings, wo das Publikum fleht. Durch Schmerz und Leid, durch Sieg und Niederlage, bleibt Ronymon standhaft in jeder Lage. Sein Herz aus Stahl, seine Träume aus Feuer, er ist der Held, den das Universum bewundert und verehrt. Teuer. Auch Ronymon, der Kämpfer der Nacht, mit Leidenschaft in seiner Brust, keine Niederlage macht. Er erhebt sich überall, wo er steht, in den Hallen des Rings, wo das Publikum fleht. So singen wir ein Loblied auf Ronymon, den Helden der Arena, sein Legende wird Leben weit. Über diese Zeiten hinaus, stets klarer. In einer Welt, aus Schweiß und Stoff, trifft Ronymon im Ringen voller Mude. Ich bin Radik Folter, wer immer mich versteht. Zu Ende ist eure Qualität, Diät. Denn ich bin Radik Folter, oh. Macht die Augen auf und seht. Zu Ende ist eure Qualität, Diät. Wollt ihr fünf Sterne, dann bin ich euer Held. Ich rette das Wrestling, denn ich wurde außer Wert. Wenn mein Daumen sich hebt, das Licht auf mich fällt. Dann steigt die Qualität und nur das ist, was zählt. Ich bin Radik Folter, jeder erntet, was er seht. Zu Ende ist eure Qualität, Diät. Denn ich bin Radik Folter, egal welcher Wind hier bist. Zu Ende ist eure Qualität, Diät. Denn ich bin Radik Folter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und damit einen wunderschönen guten Abend. So. Als erstes ein kleiner Soundcheck. Als zweites gucken wir Liga 1. Können wir diesmal drin lassen. Und dann offizielle Begrüßung. Hallöchen, mein Name ist Tiger Ronny. Herzlich willkommen bei German Core Wrestling. Wir haben eine kleine Anpassung. Denn Liga 1 ist jetzt schon öfter ausgefallen, weil ich wegen Wrestling im Real Life wecken musste oder bei einer Großveranstaltung auf den Termin war. Dass wir jetzt gesagt haben... Oh... Walpoi! Danke für dein Abo! Ey, schon neun Monate, wie die Zeit fliegt. Wie die Zeit fliegt. Ich danke dir, Waldi. Und jetzt mache ich mit meinem Satz weiter. Also Liga 1 ist öfter schon mal ausgefallen. Wegen meinem Real Life Wrestling und bei der Großveranstaltung auch auf den Sonntag landen. Und da habe ich jetzt mal gesagt, machen wir heute keinen Liga 2 Stream. Nein, wir machen einen Liga 1 Stream. Das heißt, wir haben heute Liga 1 Stream. Am Dienstag 21 Uhr. Und am Sonntag 19 Uhr machen wir auch einen Liga 1 Stream. Einfach damit sich das ein bisschen ausgleicht. Und ich denke mal, genug geredet. Wir wollen Wrestling sehen. Deswegen, let's go! Mit dem Opener für heute. Und die Damen. Ja, ich habe so viel geredet. Die sind schon im Ring. Und... Ohohoho! Zeckenkampf! Oh, den Job vom Ref hätte ich gern. Uiuiuiuiui. Geht ja hier hitzig zur Sache am Start. Und let's go! So, wir haben die Madison in schwarz-lila gegen Pamela in gelb-lila-rot. Und diese Damen, sie kämpfen hier um wichtige Punkte im Titelrennen. Texte nicht viel heute. Grippe. Bettlägerig. Whiteboy, ich weiß nicht, ob das was Schlechtes oder was Gutes ist. Nein, ey. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja. Äh. Wir waren gerade bei, äh, Punkte. Pamela und Madison. Pamela war schon mal in einem Titelkampf sehr nah dran. Aber, bei einer Freakzilla scheiterte es trotzdem. Madison war da schon, ja, immer weit entfernt von. Mal sehen, ob sie jetzt vielleicht ja einer Titelchance näher kommt. Bei Pamela mache ich mir gar nicht so viele... Boah, schöner Roundhouse-Kick. Bei Pamela mache ich mir gar nicht so viele Sorgen. Die hatte schon mal ihre Chancen. Und kann sich bestimmt auch wieder was zusammen erarbeiten. Oh, was macht denn Madison da? Crossbody nach draußen. Und ja, die Pamela. Mit der Statistik hier. Besser als eine Madison. Zwei Siege, zwei Niederlagen und zwei No-Contest. Kann sie verzeichnen. Hat daher acht Punkte. Mit einem Sieg wäre sie bei elf. Und Madison hat zwei Siege, vier Niederlagen und ein No-Contest. Auch im Gesamten schon ein Match mehr. Ja, sie würde also mit ihren sieben Punkte und einem Sieg bei zehn Punkten landen. G, C, W, E. Uli, Uli, Uli. Was sind das für Chat-Nachrichten da? Was habt ihr geraucht? Oha, Pamela wird hier ausgezählt. Ist es das? wir sind bei der neuen und das war's und damit also mal abgesehen davon dass wir eine neue kamera perspektive hatten medicine gewinnt hier durch count out drei punkte für die dame was für ein start zwei minuten werbung ja können wir uns bei geilmann bedanken für diese zwei minuten werbung nicht wahr lieber john pro und hallöchen take a fan oh man oh man oh man oh man wir hatten die knockouts da haben in unserem opener und im zweiten match gehen wir die andere kategorie gleich mit tagteam bereich deswegen freut euch jetzt auf ein wunderschönes tagteam match vor allem weil unsere neuankömmlinge ja dabei sind die enforces von john pro und wildboy die debüteklimatia erfolgreich bestanden haben und damit ja schon offiziell besser john pro und wildboy sind geilmann hatte wieder eine fast werbung ja john pro das ist weil geilmann auch an dich denkt und ja die enforces haben für den ersten sieg im stable gesorgt nachdem es ja davor mit wildboy und john pro nicht so gut lief aber dafür sind sie ja auch da dafür sind sie gekommen um hier hier in die jetzt nochmal das ruder um zu sehen und mal sehen ob sie jetzt auch jetzt zweites match siegreich bestehen werden die enforces ja goldige zeiten gegen 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 er und gegen gegen ja gegen gegen rot das ja ja TK-Fan wenn das mal so einfach wäre ne ich hätte aber ey die idee ist ja gut ich sollte dich mal als manager für einen Tag einstellen hehehe 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 und dann werden die ministry hier einfach mal alle Tüte auf einmal haben und dann werden die ministry hier einfach mal alle Tüte auf einmal haben kann ich mir so richtig gut vorstellen die ministry of nightmare ein Tag ja hehehe er hat erstmal alle Lichter ausgemacht ei 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 so aber alle Teilnehmer sind im Ring und ich würde sagen Zeit für Tüte im Action anfangen hier macht bei der Red Fiction ähm Kalito und bei den Enforcers komme ich gerne durcheinander ich glaube es ist Dexter grad im Regen schon probrichtige mich wenn ich falsch liege du wei du weißt äh ich ich kann ich kann die Schrift von dir und deinem Technikpartner nicht lesen deswegen weiß ich nicht wer sich da als erstes angemeldet hat hehehe äh Bronzo und Dexter die zwei guten nein es ist Dexter im Ring bin ich mir sicher John Pro los schreib was dazu andererseits macht Error hier nur Sachen also bleiben wir doch bei Error den Namen kann ich sogar und Error bearbeitet hier schön das Bein und kommt jetzt auch zum Wechsel Kalito im Ring und schon pro schrei Dexter wie so ein Japaner oh Dexter jetzt in der eigenen Ecke mit Kalito jetzt sind wir in die erste Tag Team Aktion Kombination Land Dexter und Le Bronzo und Tritt am Boden aber uh Kalito kommt da ganz schnell zurück schnappt sich auch noch Dexter schaut euch das an legt sich hier einfach mal mit Bein an oha Tag Team Aktion jetzt auf der anderen Seite ab auf die Schulter Simone Droppt Neckbreaker und Kalito darf den Ring verlassen Error jetzt weiterhin hier schöner Knee Strike und der Error ehemaliger Shining Star Champion ehemaliger GCW Champion kommt hier mit ein schön ausgehobenen Neckbreaker aber sehr weit gegen dieses Cover nüchtern gibt es einen Vorarm oi 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 und die Red Faction wieder am wechseln man lauert sich davon hinten an Kalito hat alles im Griff aber dann doch nicht alles im Griff jetzt Zeit für Bronzo hier zurück zu schlagen sich für die Tag Team Aktion zu rächen kleiner Griff gegen den Arm aber auch kleine Schritte bringen einen weiter da gibt es jetzt den Shoke in der Ring Ecke und Kalito hat da doch Probleme oh 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 das sieht gefährlich aus Bronco Pastor oi 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 der arme Kalito der arme Kalito der tut mir leid aber was macht Dexter ein Leg Drop dieser Leg Drop ist aber auch nur ein Leg Drop und da muss mehr kommen und das weiß ein Dexter der ist jetzt auf dem dritten Seil kommt hier mit einem Elfer Drop angeflogen der Bronzo Buster oha und die Red Faction sieht jetzt erstmal alt aus kommt hier nicht mehr am Drücker die Enforcers machen das gut jetzt hier einmal gewährt und gleich wieder gegriffen Dexter passt gut auf da gibt es einen Shop jetzt geht es ab hoch aufs dritte Seil aber der Kalito befreit sich da schnell kommt rein aber wird wieder gleich gegriffen und landet wieder in der Ring Ecke oha oha was sehen wir da oha ein klein Core Screw oha da soll der Wechsel kommen aber natürlich der Dexter passt auf dass der Wechsel nicht geschieht jetzt hier ein Lebenszeichen von Kalito wieder dieser Dropkick gegen das Knie der Wechsel Errors drin oha und auch Dexter kann wechseln Errors da kommt mit dem Tritt trifft aber nicht aber gleich nachgesetzt Rückwärtsrolle Kipp ab Pili Kick uiuiuiui Error dreht auf Error wills wissen da kommt der Whip und befördert Bronso einfach mal nach draußen und ich hoffe dass wir jetzt nicht das zweite Match haben das durch Countout entschieden wird aber gerade sieht es danach aus draußen geht die Prügelei weiter ich hoffe ja dass es auch irgendwann wieder zurück in den Ring geht Error muss hier aber grad ordentlich einstecken es gibt da einen Neckbreaker und wir sind bei sieben oha oha einmal einmal Kalito gegriffen und da kommt Error schon rein mit dem Poison Runner und das gibt Kopfschmerzen ob das ein Angriff gegen den inaktiven Partner wert war ich weiß es ja nicht da gleich die Offensive für zu verschenken ich meine Kalito ist auch schon wieder in seiner Ecke also sehr effektiv war das nicht und Error kann jetzt hier schön den Bronso bearbeiten und es geht hoch auf die Schulter aber gut runtergerutscht Schulterblock und es ist das eins ja es war die eins und es geht weiter der Bronso greift zu und jetzt gibt es hier ein Fisherman Suplex Error der steht aber gleich wieder auf dafür gibt es ein gratis German Suplex und Error steht gleich wieder auf was ist da los oh oh da gibt es noch ein German Suplex und Bronso bleibt da länger liegen als ein Error aber wenigstens der Wechsel oh oh Dexter hier alle in die Ringhecke rein oh das gibt Schmerzen das gibt Schmerzen einmal den mittleren Hörnbacke geküsst oh oh was sehen wir da oh das war ja ein schöner DDT aus der Power wollen wir raus Kalito rettet hier aber noch dort gibt es wieder einen Leg Drop was kann ein Error jetzt noch machen der trifft wunderbar und Error gerade nur am kassieren jetzt Tag Team Action ein Schlag und was kann Bronso jetzt machen es geht hoch Simone Drop nein Error befreit sich aber gerade noch so so und jetzt geht's hoch und jetzt geht's hoch Roland Samoen on cover was für ein Konter ist das nein aber Error hat uns wieder ein Lebenszeichen gezeigt Invertitude hinterher war noch ein Knee Drop hinterher und jetzt der Wechsel das was Error gebraucht hat er war lang genug drin hat viel eingesteckt und jetzt kann der frische Kalito hier nochmal ordentlich was zeigen es geht ab in die Ringecke oh oh Body Slam und Abaufstritt er sei wird es Zeit für eine Swanton Bomb oder oh 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 er lauert er lauert er wartet Stomp oh oh ist es das nein Dexter ist da Dexter passt auf und Kalito macht weiter jetzt geht's hoch für den Samoan Driver und das war's nur noch pinnen und das war's 1 2 3 und die Red Faction gewinnt dieses Tag Team Mesh aber was für ein Ende war denn das ja da können sie zu Recht feiern das war so das war's 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 10 nächste Nummer, denn eigentlich haben wir hier Liga 1 Betrieb und bis jetzt hatten wir Knockouts und Tag Team Action. Wird Zeit, dass wir das erste Liga 1 Match für heute haben, oder? Deswegen, let's go! Und für dieses 1 gegen 1 Singles Match holen wir auch gleich mal den ersten Mann zum Ring und das ist der gute Dan Jai Haack. Und der Dan Jai Haack hatte ja bei der letzten Großveranstaltung ne Chance um den Titel, konnte sie aber nicht wahrnehmen und seitdem läuft das auch gar nicht mehr so gut für ihn. In der Tabelle rutscht er immer Stück für Stück weiter runter, ist jetzt sogar auf dem vorletzten Platz. Man muss aber auch sagen, dass die anderen alle mehr Matches haben als er. Also wenn er jetzt noch zwei Matches macht und nur eins davon gewinnt, wäre er schon wieder weg von diesem vorletzten Platz und würde dann halt auch von der Matchanzahl gleichstehen mit den anderen. Aber, wer sagt denn hier, dass Dan Jai Haack sein Matches gewinnt? Sieben Matches hat er hinter sich. Drei davon gewonnen, vier verloren. Punktestand steht bei neun. Schlechter steht nur Leon Bispucci da mit seinen acht Matches, drei Siegen, fünf Niederlagen. Aber vielleicht wird ja heute alles anders. Sein heutiger Gegner ist dieser Mann. Und dieser Mann steht da schon um einiges besser da. Der Rob Fischer hat schon acht Matches hinter sich. Davon vier Siege, drei Niederlagen und einen No-Contest. Und sein Gesamtpunktestand ist bei 13 Punkten. Also Rob Fischer, er ist ja relativ neu hier bei der GCW und er macht sich ganz gut. Er ist hier in der ersten Liga, holt sich seine Siege. Genauso muss es sein. Noch ein bisschen mehr Leistung. Noch ein bisschen mehr. Und er ist auf einem guten Weg, ein Champion zu werden. Ich meine, er hat 13 Punkte. Unser Akkottel-Champion White Boy ist nur zwei Punkte über ihn. Der No-Disqualification Champion ist vier Punkte über ihn. Der Einzige, der unerreichbar ist, ist tatsächlich Bakuhatsu. Denn dieser Mann hat ja aus neun Matches acht Siege eine Niederlage. Aber das ist halt Bakuhatsu. Oh, es geht los. Danjay Haag gegen Rob Fischer. Hatte der nicht einen Koffer gewonnen oder wer war das? Youngblatt hat einen Koffer gewonnen für den Shining Star Championship. Nja. Oha. Oha. Einfach meins Gesicht gedreht, denn der gute Rob Fischer. Kommt hier also sehr gut klar mit Dantje. Aber der Mozart geht ins Leere. Oha. Und da einmal rumgedreht, dann das Bein gegriffen, ab in den Single-Leg Boston-Crab. Ja, da war noch ein Koffer. Oh, da gab's Dritte. Da gab's Dritte. Aber Danjay Haag, der lässt sich das nicht gefallen. Ist es das? Ist es das? Nein. Natürlich ist es das nicht. Aber Danjay Haag macht hier gut weiter. Ja, ein schöner Suplex. Jetzt wieder Cover-Versuch. Ich meine, warum nicht? Und Danjay Haag bleibt hier auch in der Offensive. Kommt hier mit einem wunderschönen Heptos. Und wieder das Cover. Also Danjay Haag, der versucht hier aus jeder Aktion Profit zu schlagen. Ja, wunderschön. Oi, 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 oi. Und da gibt's einen wunderschönen Eintritt. Und Rob Fischer. Der kommt hier nicht mehr zurück. Dunjag macht hier Stück für Stück weiter. Schaut euch das an. Er dominiert hier ordentlich. Verpasst ihn da eine. Jetzt noch die Aktion vom dritten Seil oder was? Was soll denn da jetzt noch kommen? Es geht hoch. Superplex. Uff. Ui, 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 ui. Dunjag macht bis jetzt alles richtig. Vielleicht jetzt zu viel Zeit gelassen. Genau das wollte ich ansprechen. Wieder kann man versuchen. Nach einem kleinen Fireman's Carry. Also oh, 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 oh. Ab in den Sleeper holt. Aber es gibt einen Jawbreaker. Und Dunjag befreit sich. Aber dann ist auch Rob Fischer wieder. Da, schöner Splash. Cover ist es das. Eins, zwei. Dunjag sagt nein. Der Dunjag sagt nein. Aber sagt auch hierzu nein. Es geht hoch für den Burning Hammer. Und das ist das Ende. Da muss man erstmal rauskommen. Eins, zwei und was? Dunjag kommt aus dem Burning Hammer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und dann der Huck, der rettet sich da erstmal auf dem Apron. Mal gucken, ob er da auch wirklich sicher ist. Denn Rob Fischer, er ist da. Rob Fischer passt auf. Und dann gibt es da Schläge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Uiuiui. Und Rob Fischer geht da gleich hinterher. Pumpt sich da erstmal auf. Wohlt sich Kraft beim Publikum. Und dann geht die Trachtbrügel weiter. Aber, jetzt mal ehrlich, Dunjag kommt da aus dem Burning Hammer raus. Kann der überhaupt noch weiter kämpfen? Also das Einzige, was Dunjag danach gemacht hat, war es, rauszurollen und sich auf dem Apron zu retten. Und seitdem Rob Fischer hier am Austeilen. Und Dunjag, ist der überhaupt noch anwesend? Oha. Überraschungstritt. Knee-Drop. Und jetzt pumpt sich ein Dunjag hier auf. Bearbeitet Rob Fischer draußen. Das ist allein Suplex. Oh, wir sind schon bei sechs nochmal gegen die Stahltreppe geschmissen. Wir sind bei sieben. Oh, wir sind bei acht. Kann ein Dunjag Huck hier noch das Countout irgendwie unterbrechen? Oder wir Rob Fischer... Nein, das war's. Das war's. Und dann der Huck hat sich hier einen Sieg geholt und muss dafür nicht mal seinen Finisher zeigen. Dann Jai Huck mit einem Sieg gegen Rob Fischer. Aber das ist ja gut für ihn Kommt er von dem vorletzten Platz Doch endlich weg Oh John Pro Ja, one more match One more match Nicht nur eins Aber one more match Dieses Match wird sehr interessant Denn wir haben unser erstes Titelmatch für heute Deswegen Sagen wir Hallo Zum ersten Mal Für dieses Championship Match Und wir haben hier Ein Jaden Black Der heute eigentlich ein ganz normales Match Um drei Punkte haben sollte Aber wir haben ja unseren Accordal Championship Was bedeutet Dass dieser Championship immer Ein Titelmatch herbeiruft Wenn es Wenn es halt in ein Match involviert ist Und da ja Whiteboy unser Accordal Champion ist Und er der heutige ganz normale Gegner für ein Jaden Black ist Haben wir ein Championship Match Um genau diesen Titel Und damit könnte sich die Ministry einen weiteren Titel holen Denn sie sind ja als Table gerade Tag Team Champions Das wäre ein weiterer Titel für die Ministry Aber Aber Problem ist Jaden Black Und wer konnte sich denn schon mal gegen die Käsefüße von einem Whiteboy durchsetzen Also wer hat denn da schon mal einen Angriff überlebt Aber dann kommen wir mal zu den Gegnern Beziehungsweise den Gegner in Begleitung Wir haben heute Whiteboy im Ring Und er wird begleitet durch John Pro Und ja Da sehen wir auch diesen Goethe Accordal Championship Um den wird es in diesem Match gehen Mal gucken ob ein John Pro Wo Sonnenbrille War die nicht durch einen Fehler mit drauf Genauso wie die Jacke John Pro Sollte nur die Jacke weg und die Sonnenbrille bleiben Dann ändere ich das für nächstes Mal Dann schreib es mir in die Kommentare Nein das wird ein Gimmick John Pro In jedem Entrance ist was anderes falsch Ok Dann machen wir das für nächstes Mal Nächstes Mal fehlen dann die Schuhe Dann sagen wir mal Let's go Bau das ein Das ist gut Und hier haben wir das Accordal Champion Whiteboy Der auch im Gesamtbild Ja super dasteht Also Der ist gerade auf dem vierten Platz Der ersten Liga Und da wird es bald auch Anderen Titel gehen Zumindest die Chance Auf einen anderen Titel Denn Whiteboy hat aus acht Matches Fünf Siege geholt Und steht da mit 15 Punkten Ja wie gesagt Auf dem vierten Platz der Tabelle Aber schauen wir mal Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern Er hat jetzt hier erstmal ein Match Gegen Jayden Black Und Jayden Black Der hatte einen schlechten Start Mit drei Nieder lang hintereinander Und dann ging es aber gut für ihn weiter Denn Er hat jetzt einen Lauf von vier Siege hintereinander Und vielleicht wird das der fünfte Sieg Aber wir kennen es ja von Whiteboy Die ersten 20 Minuten lässt er sich verprügeln Von daher alles ganz normal Also wenn ich sehe wie Jayden Black Da die ganze Zeit auf Whiteboy eintretet Denke ich mir Das Whiteboy gewinnen wird Denn das ist das Das ist der Lauf der Dinge Oh Whiteboy steht auf Will zuschlagen Wird aber gleich wieder gegriffen Man kennt es Man kennt es Und John Pro Der kann da gar nicht hingucken Der gute John Pro Kann da gar nicht hingucken So Jayden Black Oh Gerade noch so schnell genug Nimmt sich da Den Whiteboy Da gibt es einen Roundhouse Kick Und da geht es wieder zurück in den Ring Wir wollen ja nicht nochmal durch Countout hier Ein Sieger oder ein Verlierer oder ein Draw Und der Whiteboy Oh der lässt sich da ein bisschen bearbeiten Jetzt ab ins Seil Noch ein Knie stoßen Noch ein Roundhouse Kawa 1 Da frage ich mich Ob Whiteboy auch heute Ganz fit ist Vielleicht hat sich ja Die Krankheit Die Erkältung Mit ins Spiel übertragen Denn bis jetzt gab es ja Noch nicht wirklich Eine Gegenwehr Von dem guten Mann Andersrum gesehen Muss man auch sagen So fängt er immer an Oh jetzt Jetzt ist er wach Jetzt geht es los Jetzt hat Jayden Black verloren Und da gibt es nur den Käsefuß So schnell kann es gehen Ey wenn das die Verteidigung ist 1 2 Nein Das hätte mich überrascht Hier mit einer Aktion so zurück zu kommen Aber Da ist der Whiteboy Und auf einmal funktioniert wieder alles Da ist die Hesse da Und Jayden Black geht einmal nach draußen Whiteboy kommt geflogen In die Arme von Jayden Black Doch wo geht die Reise jetzt hin Oh Kniestoß Noch ein Elbowdrop hinterher Und Whiteboy der macht das hier Double Feet Stump Harter Tritt hinterher Und jetzt noch Ab in die Ecke Oh oh was sehen wir da Was sehen wir da Noch ein Double Feet Stump Noch ein Tritt Oh oh es geht hoch Aufs dritte Seil Ich glaube er wird den Drang Rana Vorbereiten Nein einfach nur ein Splash Aber das ist ja auch schon was Cover 1 2 Ah noch nicht verteidigt Und der Whiteboy Der pumpt sich hier ein bisschen auf Tankt sich die Energie Vorm Publikum Und jetzt soll der zweite Käsefuß kommen Und da ist er Und Hartz Whiteboy jetzt verteidigt 1 2 3 Und der Whiteboy Verteidigt zum zweiten Mal Seinen Titel Es geht bergauf Es geht steil bergauf Whiteboy unser Akkottel Champion Er holt sich die Siege Der Käsefuß ist und bleibt einfach Die Zerstörungswaffe schlechthin Anders kann ich das nicht erklären Aber gut ein bisschen haben wir noch was vor uns Deswegen gehen wir auch so schnell wie möglich ins nächste Match Denn viele Wrestler wollen sich noch hier ihre Punkte verdienen Für die wunderschöne Tabelle Und da wechseln wir doch mal rüber Und wir begrüßen diesen Mann Diesen Künstler Die Kreativität in Person Mit dem Name Ose Josh Dieser Mann ist lauter Bälle So ziemlich am Mittelpunkt der Erde Denn Acht Matches Vier Siege Vier Niederlagen Aber Man muss auch sagen In letzter Zeit mehr Siege als Niederlagen Die Niederlagen sind noch aus der Anfangszeit Mal gucken wie es jetzt bei Ose Josh hier weiter geht Nicht der schon wieder Ja ja John Pro hat immer noch Albträume Ja John Pro Ich weiß wie du diese Albträume bekämpfen kannst Du gibst bei YouTube mal Ose Josh ein Und dann hörst du dir einfach mal ein paar Lieder von ihm an Da kannst du bestimmt nachts besser schlafen Sein Gegner fängt ebenso mit O an Denn wir haben hier den guten Oma Oma steht noch ein bisschen besser da Als ein Ose Josh Denn er hat Fünf Siege Vier Niederlagen Aber man muss auch sagen Er hat ein Match mehr Als gewisse andere Leute Deswegen vielleicht Wenn Ose Josh hier auch noch Ein Sieg holt Dann ist er Mit 15 Punkten auch sehr weit oben Da ist Omi Willst du damit sagen Deine Omi ist schwarz Und trägt Sonnenbrillen Ja guck mal Da ist deine Sonnenbrille John Pro Da ist deine Sonnenbrille Jetzt weißt du wo sie ist So Beide Wrestlers sind bereit Für Zärtlichkeit Im Ring Der GCW Oh das geht los Und erstmal ein schöner Schlagabtausch Hier Hose Josh greift gleich mal zu Schmeißt den Oma In die Ring Ecke Oh einmal Eine Finte Angesetzt Lässt ihn ins Leere laufen Oh schön ausgewichen Ey was ist das So ein Ultra Instinkt hier Ich fahre nur Omi Nächste Woche raus Gewinner behält Sonnenbrille Oh man Oh man Oh man So Jumping Knee Von Ose Josh hier Und dann gibt es da diesen Tritt hinterher Hat Ose Josh Bis jetzt Sehr gut dabei Ah Oma Steht schnell auf Power Slam Und ein Elbow Kommt dazu Und Oma Jetzt hier am Drücker Schmeißt Ose Josh mal Übers Seil Ab auf den Apron Und da sehen wir Einen schönen Großen Seizuplex Uiuiui Und schon haben wir wieder Beide Supers Draußen Und da Müssen sie Natürlich Aufpassen Damit sie nicht Ausgezählt werden Wie schon Zwei andere Leute Heute Einmal schön auf dem Apron Uiuiuiuiui Und da Cover Versuch Uiuiuiui Ja Ja John Pro So eine Sachen Wird es demnächst Wieder öfter Geben Ist bloß in letzter Zeit Ein bisschen Am Schleifen Weil Jetzt die ganzen Wrestling Shows Alles sind Aber so langsam Kommt jetzt die große Sommerpause Und dann ist auch Wieder mehr Zeit Dafür Da ist ein bisschen Weniger Real Life Wrestling Angesagt So Ose Josh Oh Springt da ein Seil Holt Schwogen Was für eine Knoßlein Und dann springt er Einfach mal Ein Backflip Weil es kann Doch was bereitet Er denn da jetzt Vorschöner Rauthaus Und ist Es Das Zwei Nein Oma Kickt raus Aber was Für ein Tritt Also Erstmal diese Knoßlein Dann nochmal Sich selbst Aufgepumpt Und dann Oh Da gleich nochmal Ose Josh Rastet Was ist hier los Was ist hier los Und jetzt Will er es Ben Aber kann Er spalten Oh Schöner Tornado arm Carver H1 2 3 Ui 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 DAVID weiter nach oben auf der Tabelle. Erstaunlich, wie viele Neulinge hier wirklich sich durchsetzen können und halt wirklich zu den Top Stars gehören. Ist schon irgendwie lustig und die ganzen Alteingesessenen, bei denen läuft das gar nicht so gut, würde ich mal behaupten. Denn wenn ich jetzt mal auf der Tabelle gucke, warte mal, da können wir doch, da haben wir doch hier ein Feature, ein Tabellenfeature, mal gucken, ja, wir haben ja hier unsere Tabelle. Natürlich sind alle Matches von heute noch nicht mit drauf gerechnet, also beruhigt euch, beruhigt euch. Wenn wir hier mal gucken, wer hier alles neu ist, also Wildboy ist relativ neu, ist weit oben, Omar ist relativ neu, ist weit oben, Rob Fischer ist neu, ist weit oben und ja, das ist schon auch bei Liga 2, Wade Armstrong ist neu, ist weit oben, Vincent Fellow, da müssen wir ein bisschen runterscrollen, Vincent Fellow ist neu, ist ziemlich weit oben und ja, interessante Wendung hier, bringt auf jeden Fall Abwechslung mit rein, machen wir die Tabelle aber wieder weg. Ja, und dann kommen wir jetzt auch zum nächsten Match, das nächste Match wird ein Extreme Roots Match. Und natürlich muss da unser No Disqualification Champion dran teilnehmen. Wie könnte es auch anders sein, also bitte. Deswegen begrüßen wir den ersten Kandidaten für dieses Match. Wir haben hier unseren NoDQ Champion Blade und der rassiert ja zurzeit alles und jeden. So viele Matches hat er schon überstanden und dann auch so viele Siege gesammelt. Aber was wichtig ist, so oft schon den Titel verteidigt, also der gute Blade steht gerade aus 8 Matches. Fünf Siege, eine Niederlage, zwei No Contests. Hat 17 Punkte und ist auf dem dritten Platz der Tabelle. Und wir sind ja jetzt schon fast drei Monate dabei mit 2K24. Und die ganze Zeit hat er diesen Titel gehalten, verteidigt. Auch davor in 2K23. Sein letztes Match dort war ein Elimination Chamber. Und er hat den Titel dort verteidigt. Er hat die nicht gewonnen. Er war nicht der Glückliche, der am Ende pinnen durfte und der neue Champion war. Nein, er ging da als Champion rein und durfte das Ding verteidigen. Das ist unser Blade. So, sein heutiger Gegner aber. Wir hören schon die Musik vom Syndikat. Sein heutiger Gegner ist der gute Leon Vespucci. Es wäre lustig, wenn Leon jetzt gewinnen würde, so als letztplatzierter in der Liga 1 Tabelle. Ja, John Pro sogar im Chamber verteidigt. Da gibt es nur eine Person, die das übertreffen konnte. Und das ist Jester Velka. Denn Jester Velka war drei Jahre ungeschlagen in seinen Championship Matches. Dazu kommt, dass er ein Elimination Chamber auch seinen Titel verteidigt hat. Und jeden einzelnen eliminiert hat. Also er hat fünf Leute in ein Elimination Match. Also in einem Elimination Chamber eliminiert, um seinen Titel zu verteidigen. Das kann nur ein Jester Velka. Aber ja, Blade zur Zeit wirklich super dabei. Er ist nur das Qualification Champion. Auch noch sehr gut platziert in der Tabelle. Bei diesem Punktestand würde es mich nicht wundern, wenn er auch ein GCW Championship Match kriegt und vielleicht Doppel-Champion wird. Es würde zu seiner Leistung passen, wenn das passieren würde. Und heute verliert er gegen Bakuhatsu. Aber er kämpft doch gar nicht gegen Bakuhatsu. John Pro, was schreibst du da für wirres Zeug? So, beide Wrestler breit. Aber es sollte ja eigentlich klar sein, weil der Titel nicht ordentlich präsentiert wurde und so. Aber ich erwähne es nochmal sicherheitshalber. Es ist ein Extreme Rules Match mit den Notis Qualification Champion. Aber es geht nicht um den Titel. Es geht hier um drei Punkte. Mehr nicht. Achso, mein Jester Velka. Ja. Und heute verliert er gegen Bakuhatsu. Ja, irgendwann ist jeder mal gebrochen, ne? Aber trotzdem muss man auch sagen, gegen Bakuhatsu verliert gerade jeder. Bakuhatsu ist mit Abstand auf Platz 1 der Tabelle. Der Mann hat 24 Punkte. Der Mann hat aus neun Matches acht Matches gewonnen. Natürlich verliert man heute gegen Bakuhatsu. Aber da kannst du jeden Arm reinschreiben. So, aber Leon Vespucci. Hier auf jeden Fall mit einem guten Start in diesen No Disqualification Extreme Rules Match. Und oh, wir haben da Luigi Vespucci. Er geht da einmal hoch. Oha. Macht der Turnbuckle ab. Sogar John Pro verliert gegen Bakuhatsu. Das klingt so, als wenn es sonst keiner schaffen würde. Oh, Alter, wir haben jetzt eine Tonne rauf da auf, Leon Vespucci. Kann man mal machen. Oh, da gibt es noch Schläge hinterher. Oh, 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 oh. Ja, das ist unser Notis Qualification Champion Blade. Der weiß mit den ganzen Spielzeugen umzugehen. Und jetzt da ein Schlag hinterher. Noch ein Schlag hinterher. Und der dritte Schlag wird abgefangen. Leon kommt da rein. Aber Blade ist gleich da. Oh. Mit dem Knee dann noch auf die Tonne gefallen. Und vielleicht ist es jetzt vorbei. Eins. Vielleicht ist es halt aber auch nur ein One Count. Aber ich glaube, Blade weiß nicht dazu helfen. Er sucht sich... Ah, sucht er sich ein Spielzeug oder will er bloß ein bisschen entspannen? Er will bloß ein bisschen entspannen. Mal so ein bisschen um den Ring rum. Den Sonnenuntergang genießen. Man kennt es, oder? Von John Pro verneigt sich sogar Chuck Norris. Ja. Und genau so ernst zu nehmen ist ein John Pro. Ich frage mich bis heute, wie er in die Liga 1 gekommen ist. Und wieder mit der Mütter rauf. Oh, euu, euu, you, euu, euu. Und der Blade ... Ja, der genießt es hier. Leandermis Bucci keine Chance. Dann gibt es die Stons. Und der Blade macht hier aber auch weiter. Und weiter. Und weiter. Und dann gibt es einen Suplex gegen die Mülltonne. Aber da kommt noch mehr. Da kommt noch ein zweiter Suplex. Und alle guten Dinge sind drei. Uiuiuiui. Und Blade, der überlegt, was er jetzt macht. Und es sieht mir so aus, als sollte jetzt der Crossface kommen. Angesetzt. Der Crossface sitzt, aber wird Leon bis Pucci hier aufgeben. Oh, befreit sich da. Kommt schnell hoch, tritt in den Magen. Und jetzt, wo geht die Reise hin? Ab in die Ecke. Schlag. Geht daneben. Und schon ist Blade wieder am Drücker. Ey, was Blade hier leistet. Ja, schöne Ansicht hier von Luigi bis Pucci. Schön, dass wir seine Zähne gesehen haben. Und jetzt der Dive nach draußen. Arbeitslehre. Da testen wir doch gleich mal unser Replay-Feature, oder nicht? Denn wenn es ein John-Pro-Match ist, funktioniert es ja nicht. Aber außerhalb wunderbar. Ei, 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 ei. Kaum hat die ganze Geilmann-Manche angefangen, ging es bergab. Ja, genau, bevor Geilmann sich das erste Mal gezeigt hat, gab es doch im Elimination Chamber den Rauswurf. Den sehr frühen Rauswurf. Die erste Person, die aus dem Elimination Chamber rausgeflogen ist. Da gab es doch gar keinen Geilmann. So, da gibt es einen Tritt, da gibt es einen Tritt, da gibt es noch einen Tritt, und da gibt es noch einen Tritt. Und beim Elimination, nein, nicht beim Elimination, beim Extreme Rules Match, da können die ja draußen so lange spielen, wie sie wollen. Oh Gott, nein. Oh Gott, jetzt noch mit dem Vorschlaghammer bearbeiten, oder was? Ui, 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 ui. Der Hammer wird hier gezückt, und Blade macht hier einfach weiter. Und jetzt gibt es Blade Blade. Und... Beide liegen hier erschöpft am Boden. Aber Blade natürlich steht hier langsam wieder auf. Jetzt muss ein Lea, ein Vespucci, aber auch wieder zurück in den Ring, damit man ihn pinnen kann. Denn Pin und Aufgabe zählen hier nur im Ring. Blade macht weiter. Bearbeitet hier den Körper von Vespucci, aber wie gesagt, draußen kann das Match nicht entschieden werden. Und wo geht denn Blade hin? Holt er sich jetzt das nächste Spielzeug? Nein, er geht in den Ring für die Milltonne, aber wird es auch gleich wieder weggelegt. So, Leon Vespucci kommt da rein. Oh, es geht gleich in den Crossface. Und es wird zensiert. Oh Gott, der arme Oh Gott, der arme Leon Vespucci ist da drin gefangen. Und da wird ordentlich angezogen. Er befreit sich nochmal. Und jetzt greift er sich da den Blade ab in die Ecke. Oh, da war das Polster ab. Oh, 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 oh. In die Ecke, wo das Polster gefehlt hat. Dann noch die Milltonne hinterher geschmissen. Und so leicht kann sich das Match wenden. Oh, Elbowdrop hinterher. Karma, ist es das? Eins, zwei. Uh, knapp. Knapp, 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 knapp. Noch ein Elbowdrop. Und Leon Vespucci will hier nochmal in die Offensive. Und er lauert da. Sehen wir jetzt einen Burning Hammer? Wir sehen jetzt einen Burning Hammer. Und damit hat er auch schon Legendary Arrow besiegt. Eins, zwei, drei. Der Letztplatzierte ist einer von den wenigen, die Blade besiegen können. Was für ein Match, was für eine Wendung. Wer konnte denn schon mal Blade besiegen? das ist heftig das ist heftig was für eine überraschung und leute wir haben noch zwei matches für euch und wir kommen auch gleich zu dem nächsten und ich kann euch sagen im main event sehen wir wieder ein titelmatch ich habe das gefühl wenn in der nahen zukunft noch einige titelmatches sehen die leider aufgezwungen werden aber das ist unser main event ich will kommen erstmal zu dem vorletzten match für heute den co-mainer und die haben wir ein 1 gegen 1 der gute er bekommt heute einen einzelnen gegner für drei punkte und diese drei punkte wenig guttun denn radic rage hat von einem wrestler die wenigsten matches das lustige ist trotz seinen wenigen matches ist er in der oberen hälfte in tabelle er hat fünf matches vier siege eine niederlage das ist eine verdammt gute bilanz die anderen haben acht bis zehn matches jetzt stellt euch mal vor gerade great hätte zehn matches und man würde jetzt einfach diesen punkt zustand verdoppelt das wäre acht siege zwei niederlagen damit wäre er gleich mit bako hat zu deswegen mal schauen wie ein radic rage hier weitermacht denn wie gesagt in einzelnen matches ist er zurzeit eine maschine fünf matches vier siege das ist verdammt gut ist nur schade dass halt gerade mal fünf matches hat im einzelnen match bereich aber schauen wir mal kommen wir zu seinem heutigen gegner es wird keine leichte aufgabe der wir haben einen ehemaligen shining star champion grünen jahri der das team green die vertritt der hat hand auf der hose ja die hose ist aus hand und hecker der schreibt soll die view versus ministry fragezeichen na ja bis einer zweimal miteinander gewinnen das gibt es immer wieder die rückmatch klausel und die rückmatch klausel und die rückmatch klausel und für die leute die vielleicht gar nicht mitbekommen um was es geht unser heutiger main event ist ein tag team match um die gcw tag team championships und wir hatten in den letzten zwei sendungen schon gcw tag team championship matches der grund dafür ist dass der titel immer wechselt und es geht so lange bis einer auch das rematch abwehrt und das war bis jetzt nicht der fall denn erst hatte sich laut nein nicht laut die ministry of nightmare nein die ministry of darkness so rum siehst du jetzt komme ich mit den namen durcheinander im ministry of darkness hatte sich die titel von den best friends united geklaut und im rematch hatten die best friends united sich die titel zurückgeholt und im re-rematch kam dann wieder die ministry und hat sich den titel zurückgeholt und jetzt haben wir das re-re-rematch also irgendwie so das ist wie mit den resident evil spielen wenn du dann so das resident evil remake remaster hast dann hast du auch ein re-re-re-spiel für nintendo re-re-re so kommen wir aber zu diesem match denn wir haben ja hier einen beeindruckenden wrestler im ring und wir haben dari nix gegen dari aber er hatte zwar einen guten start aber der leistung in den letzten matches ist stark gefallen und laut tabelle ist er gerade auf den vorvorletzten platz zehn punkte hat der her sieben matches drei siege drei niederlagen und ein no contest sieht also gar nicht so gut für ihn aus aber radic rage laut tabelle hier dann doch der bessere mann der auch noch sehr viel potenziell nach oben hat denn wie gesagt dieser mann hat sehr wenig matches gemacht und trotzdem hat er seine vier siege aus fünf matches oh ddt von running rage kann man vielleicht ist es das eins zwei naja fast und rage macht hier auch weiter oh oh pistole gezückt wie bei seinem adress da kommt das running nie aber daneben und schaut euch das an da gibt es ein schulterblock von dari da gibt es noch ein schulterblock von dari und dann schlacki daneben spin out powerbomb cover 1 2 das war eine fette kombo aber dari muss jetzt hier auch weitermachen was sehen wir hier double knee breaker und so schnell dreht sich hier das und ein tag auf dem dritten sei kommt da angeflogen springt auf den rücken von radic rage und vielleicht ist es das 1 2 2 gerade mal die 2 vielleicht kommt jetzt die dari bomb und wird die nochmal alles verändern es geht hoch da ist die dari bomb kam 1 2 und er kickt wieder raus was ist da mit rage los und rage rage am ragen ah mensch tritt hinterher kommt er jetzt nochmal zurück oder was und jetzt sehen wir nochmal running knee cover ist es das 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 14 14 15 15 16 17 21 22 22 21 also was anderes würde mir nicht einfallen was das hier erklärt so und dann meine Damen und Herren wird es Zeit für unser Main Event und ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt es ist ja ein Hin und Her mit dem Tag Team Titel und die Herausforderer kommen hier zuerst wir haben Tiger Ronny und Amazing Black die Best Friends United die haben den Titel gegen die Ministry verloren, haben den Titel zurück gewonnen und haben ihn dann gegen die Ministry verloren und mal sehen ob sie die heute zurück kriegen werden oder ob die Ministry endlich den zweiten Sieg hintereinander macht und dieses Aufeinandertreffen für überbeendet kommen wir zu den Gegnern diese zwei Riesen waren ja sehr erfolgreich gegen die Best Friends United und sie sollen heute auch wieder ran wir haben den Lot of Nightmare und wir haben Wade Armstrong diese beiden Wrestler haben die haben die BF da nicht W die BFU besiegt zerstört schaffen sie es wieder Wade Armstrong der Lord of Nightmare es gab schon andere Versuche hier Tech Team Champion zu werden bestehend aus Youngblood und Lord of Nightmare oder auch Jaden Black und Lord of Nightmare Wade Armstrong und Youngblood hatten glaube ich auch schon das Vergnügen aber diese zwei scheinen mir am effektivsten zu sein diese beiden haben bis jetzt die beste Performance im Stable gezeigt wenn es heißt Tech Team Action und die Tite die sie dort tragen befürwortet das ja einfach nur und vielleicht verteidigen sie ja heute wieder und dann ist meine These glaube ich auch wirklich bestätigt dass die beiden zusammen die beste Ausstellung ist die die Ministry hier zu bieten hat aber wir haben hier die Best Friends United die werden das nicht einfach machen ja um diesen wunderschönen Titel wird es gehen und das in ein Tag Team Match die Titel werden abgegeben auf 708 lb die Tag Team Champions die Team Champions Die Titel werden abgegeben, die Titel werden nochmal präsentiert, denn um diese wunderschönen Gürtel geht es jetzt, hier bei German Core Wrestling, Liga 1 Betrieb, unser heutiger Main Event, gestartet wird hier mit Tiger Rani und Lord of Nightmare, PFU spielen Monster Hunter, ja so ungefähr, so ungefähr könnte man das hier nennen, Pili Kick, aber der Lord of Nightmare der kommt dann angerast, das macht ihn nur wütend, Hiptos, aber der Ansatz ist der richtige, bei der Ministry, also bei diesen zwei Giganten der Ministry, da musst du am Anfang viel mit Schläge und Tritte arbeiten und Tiger Rani setzt das diesmal besser um, als wie noch bei der Begegnung zuvor, trotzdem macht auch dieser Hinweis oder diese Strategie ein Lord of Nightmare nicht zum leichten Gegner, und der Lord of Nightmare greift sich in den Tiger Rani, es geht ab in die eigene Ecke und sehen wir jetzt die erste Tag Team Action, nein, Tiger Rani kommt hier zurück und ja, das wird bestimmt funktionieren, Lord of Nightmare, Whip, Big Boot, und da geht Tiger Rani schlafen, doch wie lange? Zwei! Oh, Tritt, einmal umgedreht, da gibt es ein paar Mobbingversuche auf der Seite von Lord of Nightmare, der Wechsel, jetzt darf Wade Armstrong auch mal rein, oh, schön ist nie, aber trifft nicht richtig, aber trotzdem, Wade Armstrong ist da, Wade Armstrong zieht hier durch, Snake Eyes Cover, 1, ja, 1, und da kommt wieder der Wechsel, aber auf beiden Seiten, Amazing Black jetzt gegen den Lord of Nightmare, will zuschlagen, wird aber abgefangen, und dann gibt es den Turnbuckle, ein Schulter-Tecke, und dann noch eine, alle U-Bomb! Und Amazing Black bis jetzt noch gar nicht zu melden, hier, Lord of Nightmare macht das gut, bearbeitet hier den Nacken von Amazing Black, da gibt es noch Schläge, und jetzt Zeit für den Wechsel, zu wenig Leg Drops, ja, das Lustige ist, in der KI kannst du auch einstellen, welchen Move der öfter machen soll, ne? Also wenn, wenn er mehr Leg Drops machen soll, kann man das auch einstellen. Ja, aber hier, mein Zeichen des Lebens, bei der BFU, bei den Best Friends United, da hat Amazing Black jetzt mal ein bisschen was gezeigt, aber der Wade Armstrong, der kommt da natürlich schnell raus, aber, schön gemacht von Amazing Black, in Vertidity, der sitzt, und dann gibt es da auch noch einen Dropkick in den Rücken rein, und dann der Wechsel, Wade Armstrong liegt am Boden, Tiger Ronny darf sich jetzt austoben, mal gucken wie lange das gut geht, mit Pili Geek, gegen den Kopf, wunderbar gemacht, und dafür gibt es einen Big Boot, das ist wohl immer so bei Tiger Ronny, und Wade Armstrong macht hier weiter, aber der Weg ist zu lang und der Referee im Weg, und dann gibt es eine Ohrfeige, dann noch ein Shop, aber mehr auch nicht, jetzt hoch zum Fallaway Slam, aber einmal in die Ecke und einmal wegschmeißen, oh, schnell aufgestanden, hier, Dropkick, Coverversuch, Wade Armstrong am Ende, zwei, nein, und Tiger Ronny macht hier weiter, bearbeitet, Wade Armstrong, jetzt geht es ab in die eigene Ringecke, Zeit für Tag Team Action, nein, Zeit für den Shop, und dann gibt es noch einen Schlag, und dann gibt es da noch, oh, weggerutscht, oh, weggerutscht, er versucht ja, da irgendwie eine normale Aktion anzusetzen, aber leider rutscht er immer weg, der Tiger Ronny, oh, Wade Armstrong will in die eigene Ecke, Tiger Ronny geht stattdessen aufs dritte Seil, aber Wade Armstrong, der krabbelt da einfach weg, holt da jetzt den Lot of Nightmare rein, und Tiger Ronny sagt sich, nö, da kann ruhig Amazing Black rein, Scheint ja auch zu funktionieren, jetzt kann Amazing Black halt wieder alles einstecken, bis Tiger Ronny dann irgendwann wiederkommt, für die richtig fetten Aktionen, aber Ministry arbeitet hier gut als Team zusammen, Double Whip, Double Flapjack, und jetzt darf Wade Armstrong wieder ran, darf hier seinen Gegner, den Amazing Black bearbeiten, und da gibt es den Knee Drop, die Frage ist, wie will ein Wade Armstrong jetzt weitermachen, oh, Schoko, der Referee wird dabei sehr emotional, kriegt Vietnam Flashbacks, keine Ahnung, aber der Wechsel, oh, da sollte die Claw kommen, aber Amazing Black, der greift immer zu, jetzt gibt es einen Running DDT, oh, 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 da sollte ein Wechsel kommen, aber Cover 1, ja, bis zu 1, muss reichen, oh, Schrocksalm ist er kommen, stattdessen gibt es aber den Fullnason, und der Lord of Nightmares in Gefahr, okay, jetzt nicht mehr, befreit sich, Arm-Drag, und Amazing Black macht hier weiter, Amazing Black macht hier weiter, Rocket Dropper, schön gemacht, und der Wechsel, und was macht Tiger Roddy, geht das auf das Seil, wird es Zeit für den Quality Frog Splash, oder was, es ist Zeit, er trifft, Klammer, 1, 2, Wade Armsprong ist da, der Wade Armsprong ist da, Tiger Roddy, der kann es nicht fassen, oh, da gibt es noch Aufweige, Super Kick, Drop Kick, noch eine fette Kombi hinterher, und jetzt darf der gute Amazing Black rein, Lord of Nightmares hier mit dem Hot Tag, oh, 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 Foolness, Bob, Gigawait Armsprong, ist es das, Lord of Nightmares ist da, und er befreit, ja, die Ministry, die passt auf, die passt auf, und es geht in die Ecke, oh, keine Tech Team Aktion hier, aber Wade Armsprong, will jetzt Amazing Black mit in seine Ecke nehmen, aber der Weg ist doch viel zu weit, für sowas, der ist doch viel zu weit, und Amazing Black kommt so wieder am Drücker, European Upacard, beiden weggezogen, und jetzt der Wechsel, Tiger Roddy darf wieder rein, und der Wade Armsprong, der sieht gar nicht so gesund aus, kann der Mann überhaupt noch, ja, da kann er, hat die Pause am Boden genossen, und kommt jetzt hier mit dem Godran Suplex, und dann gibt es den Wechsel, Lord of Nightmares kommt rein, Dropkick geht daneben, und jetzt, der Sleep, noch ein Sleep, und dann, abgefangen zum Schoen-Slam, oh Gott, muss das gleich weitergehen, in den Tube, so Pie Driver, der Armatage Ronny, da geht es hoch, oder ist er, und vielleicht, ist jetzt, schon Ende, aber Amazing Black kommt da rein, und da bricht, und geht auch schnell wieder raus, oh, der Lord of Nightmares, der macht da weiter, gibt es einen kleinen Facebuster, das ist die Wut von Lord of Nightmares, aber das ist die Technik von Tiger Ronny, schnappt sich doch, Wade Armstrong, hier ist wieder ein Lord of Nightmares, und dann, einmal mit Gesicht auf der Matte, mit Gesicht nochmal auf der Matte, Kava Versuch, eins, zwei, da wäre es beinah zu Ende gewesen, aber Tiger Ronny macht hier weiter, der Weg ist mal wieder zu weit, aber gekontert, der Lord of Nightmares erst mal aus dem Ring befördert, da hat Tiger Ronny jetzt Zeit sich zu erholen, aber holt sich jetzt Wade Armstrong, ja das war Fehler, denn Wade Armstrong, der passt natürlich auch, Lord of Nightmares wieder da, russischen Leg Sweep, und ja auch wenn ein Tiger Ronny hier am machen und tun ist, er hat schon sehr viel abbekommen, jetzt darf Amazing Black wieder rein, und weiß nicht, vielleicht ein Full Nelson und das war's, zur Aufgabe zwingen, na wir machen hier einfach mal ein Stomp, das wäre so ein richtiges Amazing Black Finish, aber wir kriegen kein richtiges Amazing Black Finish, und wieder der Wechsel, Tiger Ronny ist wieder da, greift auch wieder zu, kommt ja auch gut rein, und wie er hier die Aktionen aneinander kettet, wunderschön, die Offensive läuft, die Offensive gegen ein Lord of Nightmares läuft, und jetzt geht es ab, in die Ringecke, doch für was, nichts, denn Lordy ist da, Lordy passt auf, Lordy zeigt jetzt hier einen Powerslam, aber nein, wieder gekontert, und wieder Cover Versuch, eins, zwei, irgendwann funktioniert sowas, irgendwann können die nicht mehr, da muss man halt auch diese kleine, kleine Aktionen überprüfen, ob ein Cover nicht durchgehen würde, denn die geben sich hier ordentlich die Kante, irgendwann ist die Kraft einfach nicht mehr da, oh mein Gott, Amazing Black auf dem dritten Seil, was wird denn das, kommt da angeflogen, da hast du deinen Leg Drop Taker, Finn, da hast du deinen Leg Drop, dennoch ein Drop Kick, und jetzt Lord of Nightmare alleine, mit Amazing Black da, oi 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 oi, und dann ab in die eigene Ringecke, und was macht Amazing Black da, Ali Up, Powerbomb, und wieder der Wechsel, wieder Tiger Ronny drinne, und Lord of Nightmare liegt der da auf der Servierplatte, Frage ist, wie geht's weiter, ab in die Ecke, Lord of Nightmare kontert, jetzt mein Lebenszeichen hier, packt sich da auch den Tiger Ronny, drückt den in die Ecke rein, und dann gibt's dann Stomp hinterher, und jetzt sehr langer sehnte Wechsel, endlich mal eine Pause für Lord of Nightmare, und bei der Armstrong, der sich hier, jetzt ordentlich mal nachdrücken darf, schnappt sich die Tiger Ronny hier auch gleich, für einen Sidewalk Slam, aber er macht Backbreaker draus, und er macht noch einen Backbreaker draus, und jetzt schon wieder den Wechsel, okay, wenn Taker Van, das so will, dann soll es auch so geschehen, Oh, aber Tiger Ronny will so treten, klappt nicht so gut, der Whip, und wieder, abgefangen, zum Shook Slam, Cover Versuch, aber Amazing Black ist da, oi 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 oi, und wenn jetzt der Tombstone kommt, dann ist es vorbei, aber es kommt kein Tombstone, was ist da mit Lord los, der Lord weiß nicht was los ist, und das nutzt Tiger Ronny hier auch aus, und jetzt geht's ab in die eigene Ecke, eine Tag Team Aktion würde hier jedem helfen, aber es gibt keine Tag Team Aktion, Tiger Ronny mit dem Tritt, gegen's Bein, und wieder der Rossin Leg Sweep, und jetzt geht's ab auf die Ecke, für den nächsten Quality Frog Splash, bereit, ist es da, Skava, Wait Up Sok ist da, noch bevor die Eins ertönt, Ui oi 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 oi, jetzt muss sich Tiger Ronny aber was anderes einfallen lassen, da geht's ab in die Ring Ecke, oh, Body Slam, warte mal, warte mal der nächste, oh, und man hat schon gerettet, Lord of Nightmare vor dem nächsten Frog Splash, das wäre jetzt das Ende gewesen, und jetzt liegen da beide, aber Tiger Ronny steht auf, Lord of Nightmare steht auch auf, und jetzt gibt es einen ganz alten, klassischen Bulldog, und vielleicht der nächste Versuch, nein, der Wechsel, Amazing Black jetzt, er kann hier über Sieg und Niederlage entscheiden, Fullness and Bomb, und das war's, das Kammer, eins, zwei, und drei, und der Titel wechselt wieder, oh man, oh man, oh man, oh man, und neuer Runde, genau, Taker, du sagst es, bis einer zwei Mal hintereinander geht, oder Großveranstaltungen, da können ja, da kann ja noch ein drittes Team mit dazukommen, aber ja, Leute, also wir sind mit unserem heutigen Programm durch, ach, und wir sind genau bei 90 Minuten, ich habe ein Kumpel gesagt, das Ding wird 90 Minuten dauern, wir sind jetzt genau bei 90 Minuten, na ist doch perfekt, denn, mein Name ist Takeroni, das war unser Liga 1 Stream, Sonntag gibt es dann auch mal Liga 1 Stream, wir machen diese Woche zweimal Liga 1 Stream, deswegen, Schüde Lü mit Ü, für die Leute, die noch mitraiden wollen, ich gehe wieder zu Andi Lulu rüber, der macht wieder Yu-Gi-Oh! Speedruns oder so, der raidet mich auch manchmal, deswegen müssen wir auch lieb sein und raiden, bedanken mich an alle, die da waren, ich sage schon mal, Schüde Lü mit Ü, vielleicht seid ihr gleich auch noch mit dabei, vielleicht aber auch nicht, Lü mit Ü, schüde Lü mit Ü, schüde Lü mit Ü, Untertitelung des ZDF für funk, 2017